Du willst Filme machen, du willst Schauspieler werden, du willst du sein. Deswegen ist die FAS gut. Ja, ich liebe die FAS, weil Bert und Christina so tolle Arbeit leisten, mir so viel geholfen haben, allen Schauspielern so viel helfen und auch durch die ganzen Dozenten im In- und Ausland den Schauspielern so viel ermöglichen. Es ist einfach ein Raum, sich kreativ zu entfalten. Was ich so toll an der Schule finde, ist dieses familiäre Umfeld. Wegen der wunderbaren Schüler, also das ist irgendwie ganz toll. Die Film-Acting-School ist für mich halt wie meine zweite Familie geworden. Die Lehrer auf der FAS sind super, also sie sind alle total verschieden und jeder hat so sein Ding, woran er wirklich arbeitet und man merkt auch, dass sie ihren Job lieben. Die FAS gibt Rauben, gibt eine unglaubliche Möglichkeit an Entwicklung. Die sind unständig geworden, selbstbewusst. Man kann alles sein, traurig, wütend, fröhlich. Die Film-Acting-School ist für mich eine riesengroße Quelle der Inspiration. Ich kann mich dort öffnen und es ist nicht einfach eine Schule zu finden oder einen Ort zu finden, wo man so privat werden kann. Man hat einen tollen Unterricht und ja, ich hatte eine gute Zeit dort. Es hat mich gelernt, um mich zu werden, um ein besserer Lehrer zu werden. Es hat wirklich gemacht. Ich kam, ich kam abr�ad und ich lerne so viel mehr über mich selbst. Warum soll ich die Schule gehen? Warum soll ich Ihnen? Komm, alle sind aktiv. Alle sind in es. Es ist anders. Es ist wahrscheinlich die größte, die du wirst, wie in L.A. Das Klima ist super und die Projekte, die wir machen, sind einfach toll. Ich liebe die FVS, weil es die gibt. Ich liebe die FVS einfach. Es ist einfach die geilste Schule der Weltmann. Ist einfach so. Diese Leidenschaft. Es ist lebendig. Es ist lebendig. Es kippt. Es ist einfach Energie. Du kannst da spielen. Du kannst einfach spielen. Du kannst dich dort austoben. Deinen Traum, deinen Wunsch, den du hast, kannst du dort leben.